Hallo Leute von die Internet, ich hoffe es geht euch allen gut, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen X-Defined Gameplay bei mir im Kanal. Ja, und ich dachte mir nach der, jo, naja, zweiten Beta, die ich jetzt teilnehmen durfte hier, schauen wir einfach mal, was sich so ein bisschen geändert hat und was ich so für Gedanken über die Beta habe. Also zum Einstieg gleich mal vorne weg, die Beta war nice, also es war eine schöne Abwechslung mal wieder dieses Spiel zu spielen und das ist auf jeden Fall geil gewesen. Ja, ich muss auch so ein bisschen den Social Media Hype verstehen, der über dieses Spiel gerade so herfällt, aber was man einfach sagen muss, es hat Spaß gemacht, also es hat wirklich wieder Spaß gemacht. Es waren ein paar gute Runden dabei, natürlich an diesem einen Tag, wo so eine kurze Zeit nur für Leute der Closed Beta, die Beta offen war, also dieser One Day am Montag, glaube ich, oder Dienstag, ich weiß jetzt nicht genau wann das war. Aber der war ein bisschen nervig, weil da wirklich Tryhards unterwegs waren ohne Ende. Ansonsten hatte ich das Gefühl, waren wirklich sehr gute Leute auch in den Lobbys unterwegs. Ich hatte noch nicht so richtig meine perfekten Klassen gefunden. Erst so gegen Richtung Ende der Beta war das Ganze so, dass ich dann endlich wieder ein bisschen was gefunden habe. Man muss jetzt sagen, waffentechnisch haben sie Kleinigkeiten gepatcht, also es sind so ein paar so Tweaks gewesen, aber ich kann jetzt da nicht mehr in die Details gehen, weil das macht auch für das Video gar keinen Sinn. Die Waffen fühlen sich immer noch gut an, hat immer noch Spaß gemacht mit ihnen zu spielen. Es gab, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, irgendwie nicht so den einen Favoriten, wo ich gerne gespielt habe, weil man hat einfach, und das finde ich einfach richtig geil, einfach seine Waffen spielen können, wie man wollte. Das heißt, egal ob es die ACR war, wie jetzt in dem Gameplay hier, oder ob es die AK war, die P90, die MP7, die M4, es gibt einfach so viele coole Waffen in dem Game, die man einfach spielen möchte. Deswegen hat es auch einfach Spaß gemacht. Also das heißt, an der Stelle gibt es schon mal einen grünen Daumen nach oben für die Waffenauswahl. Und ihr Leute, bitte Freunde, denkt auch dran, mir einen Daumen nach oben zu geben für das Video und auch einen absolut sinnfreien Kommentar dazulassen. Sowas wie, wo war ich hier gerade nochmal, oder bin ich jetzt hier nicht im Beauty-Kanal gelandet, von irgendeiner Beauty-Tussi. Schreibt mir gerne einfach irgendwas drunter. Hilft auf jeden Fall mal, genauso wie der Kollege, der hier AFK war, dem hilft es auch nicht mehr. Der hat jetzt auf jeden Fall Kopfschmerzen. Ansonsten, was die Kartenauswahl betraf, ja, sind immer noch die gleichen Karten. Aber das ist kein schlechtes Zeichen, weil es gab minimale Optimierungen auf ein oder zwei, drei Karten, die ich so gesehen habe. Es wurden hier und da ein paar Deckungen ergänzt und hier ein paar Tweaks gemacht, die entsprechend halt einfach zu ein bisschen mehr Balancing sorgen. Oder die für ein bisschen mehr Balancing sorgen. Vielleicht müssen wir sagen sollen, weil keine Ahnung, ob das wirklich ist. Also ein paar Karten ist es so gewesen, da habe ich das gemerkt, dass ein paar Änderungen da sind. Ansonsten spielt das Spiel sich immer noch gut. Die Waffen fühlen sich gut an, habe ich ja gerade schon gesagt. Die Karten sind cool. Das Movement allerdings hat ein bisschen, ich will nicht sagen gelitten, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in der ersten Beta irgendwie schneller unterwegs war. Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man mit den Servern ein bisschen Probleme hatte. Und das hat man ja auch immer wieder gelesen, was die Leute hier von xDefined einfach gepostet haben auf Twitter. Dass sie einfach mit der Masse an Leuten nicht zurechtgekommen sind. Aber dafür ist ja so eine Beta einfach da. Um mal zu checken, läuft das? Wie viele Server muss ich denn hier bereitstellen? Welche Tickrate stelle ich ein? Und es sind halt einfach so Kleinigkeiten, die dieses Spiel besser machen wie Call of Duty. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob es wirklich ein Call of Duty Killer wird, I don't know. Und ich glaube es irgendwie auch nicht. Aber, ganz großes Aber an der Stelle. Es wird halt so Dinge geben, wie ein klassisches Prestigesystem. Es wird so Dinge geben, wie Map Voting. Kein Skill-based Matchmaking. Und das sind halt einfach Dinge, die einem, ja, Call of Duty Spieler wie mir einfach sehr gefallen. Weil so ein klassisches Grinding, wo man einfach mal Double XP am Wochenende mitnimmt und ein, zwei Prestiges geht. Die sind schon ziemlich nice. Auch wenn X-Defined wieder einen Battle Pass bekommen wird. Aber ja, es ist ein Free-to-Play-Game. Und das muss man auch einfach mal sagen, Leute. Call of Duty würde genauso viel Kohle machen, wenn sie ihr Spiel Free-to-Play rausbringen würden. Aber nein, die bringen das Spiel mit einer Kampagne raus. Verlangen für die Special Ultra Definitive Edition nochmal 180 Euro. Und am Ende ist es halt so, du spielst das Spiel bis Februar. Also im November kommt es raus und du spielst es bis Januar, Februar. Und dann freust du dich schon wieder aufs neue Call of Duty. Und leider ist es doch so. Der Multiplayer von Call of Duty ist halt einfach teilweise vollkommen für den Hintern. Und das ist der hier nicht. Der macht Spaß. Der bringt Abwechslung. Der hat durch diese Fähigkeiten wieder ein bisschen was Neues dabei. Mir macht es Spaß. Und ich bin echt gespannt, was sie so mit der Vollversion einfach machen wollen. Es gibt einige Spielmodi in diesem Spiel, die ich persönlich einfach noch nicht gespielt habe. Beziehungsweise selten gespielt habe. Weil ich auch finde, man braucht für gewisse Spielmodi. Zum Beispiel, da gibt es diesen Spielmodus, wo man eine Figur, diesen Roboter. Wie heißt es denn jetzt? Mir fällt es gerade nicht ein, wie der Spielmodus heißt. Da müsst ihr diesen Roboter über so Checkpoints bringen. Und dann fängt das eine Team an und dann muss das andere Team das gleiche machen. Also sprich, einer verteidigt, der andere greift an, muss aber gleichzeitig dieses Ding zum Ziel bringen. Und danach muss das andere Team die Zeit von dem Team, das vorgelegt hat, dann entsprechend schlagen. Das ist ein ziemlich witziger Spielmodus. Aber funktioniert halt nur, wenn man im Team spielt, meiner Meinung nach. Weil da hilft es nichts, wenn du alleine vorne rumrennst. Und dann wirst du halt die ganze Zeit weggenatzt. Ansonsten ist es halt auch so, dass man die Fähigkeiten so ein bisschen aufteilen muss. Es bringt nichts, wenn bei diesem Spielmodus 25 Healer unterwegs sind. Und das ist halt mein größter Kritikpunkt, den ich gerade so habe. Die Fähigkeiten, die ich gesehen habe, die meistgenutzten sind halt wirklich dieser Typ hier mit dem Intel-Suit. Der jetzt gerade vorhin hier da mich unrevealed hat. Also da kannst du dann so sichtbar werden. Der macht so einen Ping. Dann dieser Typ mit dem Schild. Also sprich, der so ein Schild aufstellen kann. Der Feuer-Typi. Hussi und die Highlight-Hussi. Die anderen, naja, wurden nicht so regelmäßig gespielt, muss man sagen. Ich finde auch zum Beispiel so Fähigkeiten wie bei dem Feuer-Typen, dass er halt Brand-Munition als Standard hat. Ah, das ist extrem nervig. Und das nervt. Das ist sowas, wenn du einen Gunfight hast und verlierst dann irgendwie. Jetzt hier zum Beispiel wäre ich auch nochmal angefragt. Das geht mir dann schon ziemlich auf den Sack. Weil man halt irgendwie die ganze Zeit durch diesen Brandschaden halt irgendwie ein bisschen einen Nachteil. Also der andere hat einen Vorteil und man hat ja selber einen Nachteil. Aber ansonsten finde ich schon, dass das Spiel vom Netcode eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich fand es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich geschossen habe, ich nicht das Gefühl habe, dass ich so um Ecken sterbe oder so. Das war von der Verbindung echt in Ordnung. Kann man wirklich nicht meckern an der Stelle. Ja, es ist auch so mit den ausgeglichenen Lobbys, was ich vorhin schon erwähnt habe. Da hatte ich auch relativ gut das Gefühl, dass das hier der Fall war. Ich hatte wirklich Runden, wo ich sehr gut war, viele Kills gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für eine Runde ist. Aber es gab auch Matches, wo es echt ausgeglichen war. Und man muss es echt so sagen, wenn man, wie ich, halt sehr, sehr viel alleine spielt, dann ist es definitiv so, dass man das merkt, wie das im Team ist. Ich habe jetzt gerade mal auf Scoreboard geguckt. Ich glaube, es war 27 zu 9 oder so. Das heißt, wenn man dieses Spiel so spielt, wie man ein Call of Duty spielen würde und ich als alter Call of Duty Hase würde jetzt sagen, flankiert, fallt den Gegner in den Rücken, versucht das immer zu machen, sodass ihr einfach im Vorteil seid. Versucht nicht ins One-on-One zu gehen, mit dem Gegner Gesicht zu Gesicht zu gehen, sondern das Problem ist halt das, wenn ihr das tut, dann gewinnt halt meistens der, der schneller aimen kann und besser zielen kann. Ist halt so. Wenn ihr aber einen taktischen Vorteil euch erarbeiten wollt, dann kämpft an, sag ich mal, Punkten, wo ihr den Vorteil habt. Und das ist halt auch in diesem Spiel was, was gut funktioniert hat. Und man merkt es jetzt auch hier in dieser Capture Zone. Das ist ja so, das ist ja, den Spielmodus kennt ja auch jeder. Den gibt es ja auch bei Call of Duty, ne? Hier die, die Zonen wechseln. Man muss von der einen Zone zur nächsten rennen. Das funktioniert schon sehr cool. Und ich finde auch, das System ist ausgeglichen. Es macht Spaß. Der Spielmodus an sich ist, ja, spielbar. Es waren jetzt keine Spielmodi dabei, wo ich gesagt habe, die sind mega langweilig. Vielleicht könnte man noch sowas wie Team Deathmatch oder frei für alle hinzufügen. Das wäre vielleicht noch so ein kleiner Wunsch. Jetzt muss ich echt lügen. Suchen und Zerstören, glaube ich, gab es wirklich nicht. Das wäre jetzt noch so ein Wunschding, wenn es Suchen und Zerstören geben würde. Oder mein All-Time-Favorite aus Call of Duty, diesen Suchen und Zerstören-Modus mit Wiedereinstieg. Also wo man die Leute wiederbeleben kann. Den finde ich halt richtig, richtig gut. Das ist halt so Kleinigkeiten, die Call of Duty einfach gemacht hat über die letzten Jahre. Die sind cool. Auch Feuergefecht bei Call of Duty war ziemlich, ziemlich cool. Also dieser 2 gegen 2, 3 gegen 3 Modus. Das hat irgendwie Bock gemacht. Das waren kurze, intensive Runden, die einfach Bock gemacht haben. Ja, ich hoffe, mein Fazit zur Beta hat euch gefallen. Um Gottes Willen, voll den Versprecher am Ende. Mein Beta-Fazit hat euch gefallen. Ich kann heute einfach nicht mehr sprechen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal rein. Ansonsten, das Spiel soll jetzt bald im Sommer kommen. Und ich hoffe, ihr schaut auf jeden Fall mal rein, wenn es mehr zu diesen Gameplays gibt. Bis dahin, euer Basti. Tschau-Sin. Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020